Was macht die Verletzung? Man sah ein schmerzverzerrtes Gesicht nach dem 3-2. Ja, eigentlich habe ich ganz was anderes im linken Schwunggelenk. Aber jetzt beim Antritt Endgeschwindigkeit war es heute, bin ich leider weggerutscht. Ich glaube, ein kleiner Faserriss, aber den nehme ich gerne in Kauf. Ausfall nächste Woche? Niemals. Eine Frage habe ich noch. Was macht die Bayern-Bettwäsche von damals? Ja, die gibt es schon lange nicht mehr. Ich denke, man sieht es mir an. Ich bin schon 50 Jahre, das war als Kind. Und deswegen, ich werde heute nicht auf diese Themen einsteigen, da noch ein großes Thema über Bayern München zu machen, sondern wir freuen uns heute als erster FC Heidenheim, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und ich hoffe, dass die Bayern am Dienstag in Arsenal den Grundstein legen, um weiterzukommen in der Champions League. Alles andere sage ich gerne über uns, aber nicht über Bayern.